Jo Leute, was geht ab? Timo hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja man, ihr habt schon im Titel gelesen, ich habe nach zwei Jahren fast ein neues Super Mario Maker 2 Level hochgeladen. Ja, das Level an sich zu bauen hat fünf Stunden gedauert und der Clearcheck, also damit man das Level hochladen kann, hat ungefähr eine Stunde, Stunde, anderthalb gedauert. Ich werde euch den Levelcode einmal oben links, rechts, keine Ahnung, irgendwo mal einblenden, auch in die Kommentare und Beschreibungen. Spielt das Level gerne mal selber und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Clear, ich zeige euch das Level, wie ich das geschafft habe. Ja, spielt das gerne selber und jetzt viel Spaß, Like und Abo dalassen, wir sehen uns. Nice, let's go. Oh, da ist er. Geschafft, Chat, GG, wir können das Level hochladen. So, Levelname, wie nennen wir das Level? Wie nennen wir das Level? Also ich will, dass es irgendwas mit Aurateur zu tun hat. Road to 700 Bauds. Okay, ich hab ne Idee. Okay, Level-Tags, keine Ahnung. Einzelspieler, ja, keine Ahnung, Einzelspieler. Level wird hochgeladen. Heute bitte noch. Level-ID, D3N, BNH, 41G, okay, ab damit in meinem Chat. Wie nah, das ist mein Chat. Bis zum nächsten Mal.